Mein Name ist Matthias Jahn, ich bin Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht an der Goethe-Universität und ich schreibe gerade zusammen mit 25 anderen Autorinnen und Autoren an einem schönen Buchprojekt, das heißt Zeugen der Verteidigung und erzählt im Sinne einer Oral History die Geschichte der Strafverteidigung in Deutschland in den letzten 40 Jahren. Ich habe das große Privileg, heute an der Universität unterrichten zu dürfen, an der ich auch selbst studiert habe. Und ich erinnere mich zurück, dass ich vor 25 Jahren meine erste Hausarbeit geschrieben habe, gleich im ersten Semester, sehr fleißig, und mich in der Rechtsphilosophie versucht habe. Und das war eigentlich prägend für meinen späteren Zugang zum Schreiben, weil ich erst mal alles gelesen habe, was es zu diesem Themenkomplex zu lesen gab, was ich in die Hände bekommen habe. Es ging um passenderweise die Frankfurter Schule, es ging also um kritische Theorie, Habermas und Adorno. Und nach drei Monaten Lesens habe ich dann das Schreiben begonnen. Das war damals noch anders als heute. Man musste eine Schreibmaschine benutzen. Man musste also vorher ganz genau wissen, was man auf diesem DIN A4-Blatt niederlegen wollte. Und das war eine sehr harte Schule, aber das hat mich gewissermaßen geprägt, weil es bei uns in der Juristerei auch heute noch sehr darauf ankommt, dass man vorher ganz genau weiß, zu welchem Ergebnis man am Ende des Schreibprozesses kommen möchte. Es sind eigentlich drei Herausforderungen, die gleichzeitig auftreten. Vereinfachung, Verknappung, Verdichtung. Vereinfachung bedeutet das Prinzip Maus. Die Sendung mit der Maus ist deshalb so erfolgreich seit 50 Jahren, weil sie es versteht, über Bilder, über den klugen Einsatz von ganz einfachen Analogien, die Leserinnen und Leser mitzunehmen. Und da werden sehr komplizierte Sachen erklärt, große Themen, die uns bewegen, wie etwa der Klimawandel, aber so, dass es der Leser versteht. Schwierig kann jeder, kompliziert kann jeder. Einfach ist eine Kunst. Und deshalb würde ich jedem das Prinzip Maus empfehlen, vereinfachen und den Leser dadurch mitnehmen. Zum Zweiten, man sollte versuchen, zu verknappen. Jedes Wort, jeder Satz gehört auf die Goldwaage. Es muss genau überlegt werden, ob es wirklich notwendig ist, nach dem Komma noch weiter zu schreiben oder ob denn nicht alles im Hauptsatz schon gesagt ist. Denn Komma kann jeder und nicht jeder ist Thomas Mann. Und zum Dritten, verdichten. Man muss sich vorher ganz genau überlegen, was will man wirklich sagen, was muss der Leser wirklich wissen, um das Thema zu erschöpfen. Und das sollte ich mir nicht erst im Schreibprozess überlegen, sondern das sollte vorher klar sein. Und es sollte auch klar sein, mit welcher groben Struktur man diese Verdichtung erreichen möchte. Ja, da gibt es etwas, das mit eigenem Misserfolg zu tun hat. Meine erste dogmatische Hausarbeit, die ist nicht besonders gut bewertet worden. Und das lag schlicht und ergreifend daran, dass ich nicht wusste, wie Falllösungstechnik richtig funktioniert. Ich hatte tolle Professoren, die mir die Augen geöffnet haben für ganz viele Probleme, strafrechtliche Probleme, die so in der Welt herumschwirren. Aber die haben vielleicht nicht immer genug geprobt, wie man die rechtlichen Probleme in die juristische Falllösungstechnik einpasst. Wir nennen das Gutachtenstil. Und das Frankfurter Studium war damals dafür bekannt, dass man sehr viele Probleme vorgeführt bekommt und auch lernt, wie man kritisch an die Fragen herangeht. Aber es war vor 25 Jahren noch nicht unbedingt dafür bekannt, dass man diese Technik des Schreibens beigebracht bekommt. Sondern das wurde mehr oder weniger selbstverständlich vorausgesetzt. Und vor diesem Hintergrund eigener Frankfurter Studienerfahrung versuche ich und versuchen meine Kolleginnen und Kollegen, das heute besser zu machen und eine gute Balance zu finden zwischen der Vermittlung von Inhalten und der Vermittlung der technischen Fertigkeiten, um diese Inhalte an die Leserinnen und an den Leser zu bringen. Also die beliebteste Antwort bei den Juristen ist immer, es kommt darauf an. Und die stimmt auch hier. Wenn ich einen didaktischen Text für eine Ausbildungszeitschrift schreibe, dann ist mein Eigenanteil relativ gering. Es geht eher darum, den Studierenden als Leserinnen und Leser zu vermitteln, was hat das Gericht, das hier entschieden hat, das Bundesverfassungsgericht oder der Bundesgerichtshof, in der Sache entschieden und mit welchen Argumenten hat er das entschieden. Meine eigene Auffassung zur Richtigkeit des Urteils oder zu der Frage, ob etwa die Diskussion in der Wissenschaft in diesem Urteil richtig abgebildet worden ist, die spielt keine große Rolle. Hier steht der didaktische Nutzwert für die Leserinnen und Leser im Vordergrund. Und das ist ganz anders, wenn ich einen rechtstheoretischen Essay schreibe, wenn ich einen Feuilleton schreibe oder wenn ich einen großen Festschriftenbeitrag für einen Kollegen schreibe, wo es darum geht, ein gewichtiges Problem der Strafrechtswissenschaft von allen Seiten zu beleuchten, wo ich auch die Zeit und auch den Raum dazu habe, das zu tun. So ein didaktischer Beitrag, das sind bestmöglich 12.000 Zeichen. Das kann man ja mal im Textverarbeitungsprogramm sich anschauen. Das sind sehr, sehr wenige Seiten, die man da zur Verfügung hat. Hier steht also das Prinzip der Verknappung ganz im Vordergrund. Und ein großer Festschriftenbeitrag, das können schon mal, wenn man gut verhandelt, 25 oder 30 Seiten sein. Hier habe ich also den Raum, wirklich den Gedanken freien Lauf zu lassen. Und auch das, was ich mir zu einem Thema vielleicht in den letzten 25 Jahren überlegt habe, so zu präsentieren, dass ich versuche, es einzupassen in eine Diskussion, die vielleicht noch viel länger dauert. Also, es kommt darauf an. Die große Faustregel ist, den Leser mitnehmen. Versuchen, sich in den Horizont des Lesers hineinzuversetzen, der mit diesem Text konfrontiert wird. Das ist also bei einem Beitrag, der sich in erster Linie an Studierende richtet, vielleicht sogar solche in einem Anfangssemester, ein Erfahrungs- und Erwartungshorizont, der erst mal vermitteln muss, warum man diesen Text überhaupt lesen sollte. Warum muss mich das interessieren, was der Autor hier verhandelt? Zweite Regel, nicht langweilen. Juristische Texte gelten nicht ganz zu Unrecht bei vielen Leserinnen und Lesern außerhalb unserer Profession als langweilig, als verquast, als verkopft, als unnötig kompliziert. Und deshalb sollte es die Aufgabe für den Autor sein, dieses landläufige Vorurteil zu widerlegen, indem er eben nicht langweilt durch endlose Bandwurmsätze, durch Wiederholung des Immergleichen in immer neuen Worten, sondern durch Präzision, durch Verknappung der Inhalte. Und die dritte und letzte Faustregel ist, sich immer vor jedem neuen Satz überlegen, habe ich das nicht eigentlich schon gesagt, was ich jetzt schreiben möchte? Ist das nicht eigentlich schon Inhalt dessen, was im letzten Absatz ausführlicher ausgeführt worden ist? Und wäre das, was ich jetzt zu schreiben beabsichtige, nicht nur eine weitere Girlande, die ich zwar flechten könnte, die aber mir und der Leserinnen und Leser unnötig die Zeit stehlen würde. Möglichst früh Gerichtsentscheidungen lesen Am Ende der juristischen Ausbildung, also nach den beiden juristischen Prüfungen, sogenannten Staatsexamina, steht für die meisten Kolleginnen und Kollegen der Berufswunsch, in die Justiz zu gehen. Als Richter, als Staatsanwalt oder als Rechtsanwalt sich in der Justiz praktisch zu betätigen. Und ich finde vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, sich möglichst früh mit den Werken auseinanderzusetzen, die am Ende der ganzen Ausbildungskaskade von einem verlangt werden. Also Gerichtsentscheidungen lesen. Aber diese Gerichtsentscheidungen nicht, das kann man ja heute technisch von der Homepage des BGH runterladen und dann möglichst viel Binge-Reading betreiben, um in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Entscheidungen gelesen zu haben, sondern man muss am Anfang angeleitet werden. Deshalb sollte der Zugang sein über kommentierte Gerichtsentscheidungen in Ausbildungszeitschriften, wo Professorinnen und Professoren versuchen zu vermitteln, was kann man aus dieser Entscheidung inhaltlich, aber eben auch stilistisch lernen. Was ist besonders gut gelungen an dieser Entscheidung? Etwa in der Argumentation, warum ist sie transparent? Warum ist sie gut nachvollziehbar? Und natürlich auch aus misslungenen Gerichtsentscheidungsprojekten lernen. Warum ist es eine Entscheidung, wo auch der Fachmann sagt, das ist ja kaum zu verstehen, was der Richter, was die Richterin da vom Leser will. Das könnte man vielleicht besser machen. Dann kommt vielleicht noch ein begründeter Vorschlag dafür. Also die wichtigste Regel ist, das versuchen, möglichst früh zu verkonsumieren, was am Ende selbst von einem verlangt wird. Um ganz ehrlich zu sein, eigentlich nie. Ich lese manchmal von mir bereits gedruckte Texte und merke, das hätte man noch präziser formulieren können. Das hätte man vielleicht noch anschaulicher darstellen können. Hier fehlt vielleicht auch inhaltlich noch ein weiteres Argument, das die Sache erst rund werden lässt. Aber ich weiß auch, selbst wenn ich alle Zeit der Welt hätte, auch dieser Text wäre nicht perfekt. Ich muss also irgendwann zu einem Ende kommen. Und als Jurist lernt man natürlich auch als Teil der Ausbildung, dass Fristen und Termine eine ganz große Bedeutung haben. Übrigens auch natürlich in der Praxis. Deshalb müssen wir unsere Studierenden auch darauf vorbereiten, dass sie etwa als Anwalt, wenn eine Frist einen Monat läuft, nicht sagen können, ups, ich habe mich aber ein bisschen verrechnet oder ich habe vielleicht nicht so gut performt, jetzt bin ich drei Tage drüber. Sowas wird in der Praxis regelmäßig damit bestraft, dass all das, was ich dann geschrieben habe, überhaupt keine Bedeutung mehr hat, weil es verfristet ist. Und deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, dass auch unsere Aufgabe als Lehrerinnen und Lehrer des Rechts es ist, zu vermitteln, dass man einen Text unendlich lange bearbeiten könnte, dass der Text aber eben auch in einer bestimmten Zeit fertiggestellt werden muss. Und wenn man das früh trainiert und sich immer wieder klar macht, das ist nicht nur Selbstzweck, sondern es dient letztlich dazu, das, was man da schreibt, an den Leser oder an die Leserin innerhalb der dafür vorgesehenen Fristen bringen zu müssen, gerade in der Rechtspflege, dass das einen Sinn hat und dass dieser Sinn am besten dadurch eingehalten wird, dass man immer die Uhr im Auge behält und versucht, die Fristen, die etwa bei der Abgabe von der Universität oder von einer sonstigen Prüfungseinrichtung gestellt worden sind, auch so einzuhalten, dass man am Ende nicht in die Situation kommt, in die ich gekommen bin bei meinem eigenen Examen. Der Klassiker, ich habe dann am Sonntag gemerkt, dass mein Druckerpapier alle ist und musste mir dann von einem Freund noch 100 Blatt besorgen. Das war eine Sache, die sollte eigentlich nicht passieren. Sie passiert, das ist menschlich, das ist nicht schlimm. Und wenn man da einen gewissen Puffer eingebaut hat, dann geht auch alles gut. Am Montagmorgen um 10 Uhr konnte ich dann tatsächlich meine Hausarbeit im Justizprüfungsamt hier in Frankfurt abliefern. Ich bin heute in der komfortablen Situation, mir selbst meine Themen aussuchen zu können. Denn die ehrliche Antwort auf die Frage ist, wenn das Thema gut ist, dann kommt die Motivation von ganz alleine. Als Studierender weiß ich, hat man nicht immer die Möglichkeit, sich die Themenstellungen so zu konfigurieren, dass sie einen selbst so interessieren oder vielleicht sogar so begeistern, dass die Motivation eher gebremst werden muss und dass man versuchen muss, innerhalb der vorgegebenen Zeit fertig zu werden. Solche Qualifikationstexte, so würde ich sie mal nennen, müssen alle schreiben. Habe ich auch selbst geschrieben. Die Lehre daraus ist, man muss dadurch und man kommt dadurch, weil man, glaube ich, für die eigene Motivation im Hinterkopf behalten sollte, es gibt Pflichtübungen im Leben, an denen kommt man nicht vorbei. Aber nach dieser Pflicht kommt wieder die Kür und vielleicht ist das eine Motivation, wenn man weiß, nach dieser Hausarbeit, die vielleicht nicht ganz mein Interesse getroffen hat, kommt, wenn ich das solide und zufriedenstellend mache, vielleicht eine größere Hausarbeit, vielleicht irgendwann eine Promotion oder vielleicht sogar eine Habilitationsschrift, wo ich mich dann selbst ausleben kann und vielleicht manchmal auch von den Erfahrungen profitiere, dass ich mich durchgebissen habe und dass ich eben nicht den Stift beiseite gelegt habe oder die Tastatur gar in die Ecke gefeuert habe, sondern versuche, das, was alle leisten müssen, auch selbst zu leisten. .